Hey da draußen, hier ist euer Strong von Strong und Flex und heute geht es noch mal um den Fuß. Ja, anlässlich eines unserer letzten Videos, wo es um den Fuß ging, beziehungsweise auch so ein bisschen den Stretch für die Plantarfaszi, um den Fuß ein bisschen aufzudehnen, wo viele Probleme hatten, die Zehenspitze vernünftig, die Großzehe vernünftig zu beugen, wollen wir da einfach noch mal ein bisschen drauf eingehen, eine kleine Ergänzung mit dazu bringen, um die Mobilität in der Großzehe und im Fuß generell halt ein bisschen zu verbessern. Gut, dazu brauchen wir einfach nur einen Lacrosse Ball, mit Absicht Lacrosse Ball, der hat eine schöne Größe, ein Golfball würde auch noch gehen, wichtig ist die Härte auf jeden Fall, so ein normaler Blackroll Ball ist meistens schon zu weich, also es muss eine fünftige Härte geben. Tennisball, funktioniert gar nicht. Und dann solltest du dir auf jeden Fall erstmal die Muskulatur mit diesem Ball bearbeiten, bevor du dann in den Stretch gehst. Ich zeige heute noch eine kleine Alternative zu dem Stretch für die Großzehe, dass einfach der Fuß vernünftig funktionieren kann. So, dann sind wir auch schon unten bei den Füßen, da wollen wir jetzt ein bisschen arbeiten. Wie gesagt, der eine oder andere hatte das Problem, die Großzehe nicht weit genug abknicken zu können. Das ist unter anderem auch nochmal eine Fähigkeit, seine Großzehe ausreichend nach oben zu bringen. Und das andere ist, die Großzehe dann auch noch richtig schön in die Abduktion zu bringen. Also komischerweise geht das jetzt in die Körperinnenseite, aber das ist nicht so wild. Und dazu brauchen wir den Halukis hier unten. Und den rollen wir erstmal mit dem Ball richtig schön auf, dass der ein bisschen Spannung verliert, dass man nachher wieder in seinen Stretch gehen könnte. Entweder hier diesen Fersensitz für zwei Minuten einnehmen. Und da sieht man halt, da muss die Großzehe dementsprechend stark abknicken. Wichtig ist auch dabei, dass ihr darauf achtet, dass die Großzehe nicht nach innen geht. Weil sonst habt ihr Probleme mit dem Grundgelenk vom großen Zeh, das ist dann auch nichts. Also bevor ihr in den Stretch dann überhaupt geht, vernünftig die Zehen aufspreizen und die Großzehe ausrichten. Wir bleiben aber erstmal beim Ball. Und dazu gehen wir einfach hier schön auf die Innenseite drauf. Haltet euch am besten irgendwo ein bisschen fest, wenn ihr euch unsicher wegen der Balance seid. Und dann geht es mit richtig schönem Druck hier auf die Innenseite eures Fußes. Und könnt da mal wirklich eine Minute oder zwei richtig schön Druck drauf geben. Und gar nicht mal groß rollen, gar nicht mal groß vor und zurück, sondern eher den Druck nehmen. Und könnt gerne auch die Ferse abstellen und dann wirklich Druck auf den Ball ausüben. Und dann quasi nur so stückchenweise immer wieder sich bewegen und so einen schönen Punkt suchen. Wo man ein bisschen Spannung dann aus der Muskulatur rausbekommen kann. Für den guten Flex war das nochmal so ein Riesenhelfer. Weil jemandem einfach schwer fällt, die Großzehe vernünftig nach oben zu bringen. Und wenn du da die Muskulatur halt ausreichend ein bisschen triggerst vorher, dann hilft es dir auf jeden Fall, die Großzehe dann wieder vernünftig abzuknicken. Also wir könnten jetzt nach mal einer Minute rechts und links direkt in diesen Fersensitz reingehen, Knie nach vorne schieben und Druck auf die Ferse bringen. Der eine oder andere hat vielleicht noch ein Problem im Knie. Deswegen zeige ich dir jetzt noch eine kleine Alternative im Stehen. So, also wieder ausgehend davon, dass ich vorher gerollt habe, knicke ich jetzt meine Großzehe vernünftig ab, um meinen Fuß vernünftig aufzustretchen. Dazu gehen wir an jetzt hier die Säule oder an einen Türrahmen oder an die Wand, völlig egal. Es gibt Möglichkeiten. Und dazu können wir entweder den ganzen Fuß, quasi wirklich jede Zehe mitnehmen oder eben jetzt speziell so an den Türrahmen gehen, dass nur die Großzehe drauf wäre. Die Großzehe auf jeden Fall gerade ziehen. Es macht keinen Sinn, wenn ihr die Großzehe nach innen stehen habt oder nach außen stehen habt, genauer genommen. Also wenn die hier rein steht und wir dann abknicken wollen. Sondern wir ziehen das vorher aktiv gerade. Könnt ihr auch gerne eure Finger benutzen oder Hand benutzen, das gerade zu ziehen. Und dann versuchen wir hier mal so gut es geht, die Großzehe abzuknicken, indem wir den Fuß nach unten rutschen lassen und damit richtig schönen Druck drangehen. Jetzt habe ich gerade nur die Großzehe dran. Wie gesagt, ihr könntet auch den kompletten Fuß dran bringen. Hauptsache wir knicken hier schon ab. Dann sollte das Knie in die Streckung gehen und dann bringe ich noch das Knie nach vorne Richtung Wand. Also ich versuche so ein bisschen mit der Wand zu schmusen, um da einen vernünftigen Druck reinzukriegen, weil dann kriege ich auch wirklich Last auf das Bein drauf. Also nochmal kurz hier an die Großzehe ran, richtig schön das Knie durchdrücken und auch noch mit Druck nach vorne, dass ich wirklich gezwungen bin, hier vernünftig abzuknicken und da auch Last reinkommen. Wenn ich zurückgehe, habe ich keinen Druck auf dem Fuß, es ist ein ganz angenehmer Stretch, aber es ist bei weitem nicht das, was wir an Belastung brauchen. Natürlich kann man jetzt hier schön regulieren, so viel nehmen wie möglich ist, macht euch die Füße nicht kaputt dabei, sondern tut euch eher was Gutes. Zieht die Großzehe gerade und geht dann zwei Minuten pro Seite in diese Position. So einfach war das Ganze schon. Ihr braucht nur einen Lacrosse Ball, wir verlinken mal einen im Beschreibungsfeld. Sollte jetzt aber nicht das Problem sein, da ranzukommen. Wände und Türrahmen gibt es eigentlich auch genug auf dieser Welt. Das wird also auch nicht das Problem sein. Wie gesagt, manchmal mussten wir den Fuß ein bisschen vorbereiten, um dann in den Stretch gehen zu können. Ist gar nicht weiter schlimm. Zieht euch auf jeden Fall noch kurz diesen kleinen Stretch für die Plantarfaste in den Fuß rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Einen Daumen nach oben für das Video, falls es euch gefällt. Hier oben kann man abonnieren, falls man noch nicht getan hat. Auf jeden Fall die Glocke aktivieren, dass du benachrichtigt wirst, wenn wir ein neues Video hochladen. Hier unten kannst du auf Instagram vorbeischauen. Hier drüben gibt es zwei unserer letzten Videos. Ich bin wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.